Ja, sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist offensichtlich. Es war ein großes Ziel, von mir wieder herzukommen. Ich bin sehr glücklich, sehr stolz, dass das geklappt hat und unendlich froh, hier wieder mit dabei zu sein. Ja, wir haben tatsächlich schon viel gesprochen, also sowohl er mit der ganzen Mannschaft als auch individuell hat klar gesagt, was er schätzt, was er sehen will, was er erwartet. Die Erwartungshaltung von ihm ist hoch an uns alle, aber auch an mich persönlich in der Rolle. Und ich mag das, wenn ein Trainer anspruchsvoll ist, wenn ein Trainer viel von einem fordert und sehen will. Und ich hoffe natürlich, dass ich dem so gut es geht gerecht werden kann. Was ist dein Ding? Hungrig, erfolgshungrig. Also er hat richtig Lust auf das Ganze hier, hat klare Vorstellungen von seinem Spiel, ist sehr detailliert, glaube ich, hat aber auch die richtige Menge an Details gefunden, die man in der Kürze der Zeit auch dann erstmal einfordern kann. Ich glaube natürlich, dass das mit jedem Lehrgang und mit jeder Einheit dann irgendwo auch mehr werden kann. Aber er will Fußball, er will Fußball von uns sehen, sehr aktiven Fußball. Und ja, das ist eine Vorstellung von Fußball, die glaube ich nicht nur mir, sondern vielen in der Mannschaft sehr gut gefällt. Ich freue mich erstmal, auch immer wieder mit Thomas auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, meine Wertschätzung für ihn als Person und als Spieler ist offensichtlich. Also finde ich, das ist einer, den man immer in seiner Mannschaft haben will. Und ansonsten, glaube ich, führt er seine Rolle ähnlich wie auch ich aus. Wir versuchen einfach, unseren Teil zu erfüllen. Ich glaube, hier ist ja Thomas sogar der noch etwas lautstärkere als ich, was aber auch mehr als in Ordnung ist, das sei naturell. Und ja, wir wollen diesen Anspruch, diesen Führungsanspruch gerecht werden, der an uns gestellt wird, aber bringen uns natürlich auch komplett im Teamgefüge unter. Teamgefüge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020